Nira Heinen kann ihr Glück kaum fassen. Gerade eben hat sich die 25-Jährige gegen ein starkes, insgesamt 13-köpfiges Teilnehmerfeld durchgesetzt. Mit haushohem Vorsprung stach die Verwaltungsfachangestellte aus Oberhessen sämtliche Konkurrentinnen aus und wurde danach erst mal von ihren Emotionen überrollt. Das ist großartig, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, weil, wie gesagt, ich versuche es seit 2008 und es hat immer nur für dritte Plätze gereicht. Das ist Wahnsinn. Auf den Plätzen 2 und 3 die 24 Jahre alte Miriam Möller aus Frankfurt, hier links im Bild, und die 22-jährige Studentin Sarah Stroh aus Wismar bei Gießen. Da kullerte so manch ein Tränchen, vor allem natürlich bei der großen Siegerin des Abends, aber auch bei ihrer Familie sowie bei langjährigen Weggefährten. Einfach nur irre. Total zittrig, total aufgeregt, aber endlich nach ganz vielen Versuchen angekommen. Ja, total nervös. Ja, ich kenne Mira schon jetzt schon ziemlich lange, sie macht jetzt schon so oft mit und ich gönne sie einfach nur so und die ist wie so ans Herz gewachsen in den letzten Jahren. Und endlich hat sie es geschafft und deswegen muss ich weinen. Vor dem großen Finale stand jedoch erst mal der Wettkampf. In verschiedenen Durchgängen präsentierten sich die 13 jungen Schönheiten, etwa im Abendkleid oder im Badeanzug. Gar nicht schlecht, was die Damen dabei auf dem Laufsteg zu bieten hatten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich bei den Teilnehmerinnen an der Miss Hessen-Wahl ja ausschließlich um die klassischen Mädchen von nebenan handelt und eben nicht um professionelle Models mit jahrelanger Laufsteg erfahren. Musik Musik Hoch besetzt auch die insgesamt 18-köpfige Jury. Mit dabei etwa Schauspieler Brashan Brabhaka, bekannt vor allem aus der Serie Stromberg. Supertalent-Finalistin Viviana Grisavi. Oder auch, ja, Moment mal, das ist doch die Daisy. Und ist denn das da wirklich der Mosi? Nee, geht ja gar nicht. Aber das ist DJ Mosi, der berühmte Mooshammer-Doppelgänger, bekannt aus Funk und Fernsehen. Na Mosi, zufrieden mit dem Wahlergebnis? Das war absolut mein Favorit, hat von mir volle Punktzahl bekommen. Ich war mir ganz sicher, sie gewinnt. Sie waren alle hübsch, die ganzen Frauen waren hübsch. Aber sie hatte das Kränchen, sie hat strahlende blaue Augen, sie hat eine Ausstrahlung im Gesicht und eine tolle Figur. Also ich war mir mal klar, dass sie gewinnt. Na, fast richtig, DJ Mosi. Nur, dass ihre strahlend blauen Augen dann wohl doch eher grün sind. Aber was soll's, auch für die anderen Jurymitglieder war schnell klar. Mira Heinen ist die verdiente Siegerin der Miss Hessen-Wahl 2014. Und zwar vor allem wegen ihrer Ausstrahlung. Jetzt wird allerdings so einiges auf die offiziell schönste Frau Hessens zukommen. Realisieren werde ich das wahrscheinlich erst morgen früh. Ich weiß, dass ich ins Camp gehe und ich kann gar nicht reden. Ich bin so baff, ich freue mich so riesig. Als frischgebackene Miss Hessen hat die 25-Jährige nicht nur verschiedene Preise, wie etwa Kleider und Schmuck, gewonnen. Sie wird Hessen im Februar auch bei der Wahl zur Miss Germany vertreten.